veranstaltet Lutz Hilscher ein Jubiläumsstraßendampffest. In einer liebevoll restaurierten Schmiede wird die Geschichte der Dampfmaschine wieder lebendig. Hier ist alles zusammengetragen, was Sammler und Dampfmodellfreunde erwarten und erwerben können. Antike Unikate, handgefertigte Nachbauten, Bau- und Materialsätze und vieles mehr. Die Entwicklung und Konstruktionen eigener Produkte läuft gut. Beispielsweise für dampfbetriebene Eisenbahnen, Dampfmotoren, Schiffsturbinen und Dampfkessel. L Dampfkessel Viele Lokomobile stehen unter Dampf, um das Gelände an der Schmiedestraße in eine Festmeile zu verwandeln. Darauf haben Dampfmaschinenfreunde schon lange gewartet. Die Begeisterung um die alte Technik ist bei Jung und Alt bei all den Modellen zu spüren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die neue Technik ist bei der Schmiedestraße in den Köln. Sie sind in der Schmiedstraße. Sie sind in der Schmiedstraße an der Schmiedstraße. Die Musik sind in der Schmiedstraße. Das war's für heute. Das ist eine liebste Aktion. Vielen Dank.